Also es ist eigentlich Pille Palle. Am Tag der OP wird natürlich vor der OP nochmal alles untersucht. Das heißt, man schaut, ob die Daten gleich geblieben sind, ob sich das Auge nochmal verändert hat. Man möchte natürlich den richtigen Status quo des Auges haben, bevor das Auge operiert wird. Bei meinem Arzt gab es dann auch noch eine Menge Süßigkeiten. Einerseits für den Nerven und natürlich auch irgendwie ein bisschen für den Kreislauf, weil so eine OP ist immer anstrengend. Und da kann Zucker schon ganz hilfreich sein, kennt ihr sicherlich. Außerdem, da war ich besonders gespannt drauf, gab es eine Beruhigungspille. Ich muss sagen, ich habe noch nie so eine Beruhigungspille bekommen. Gab auch irgendwie keinen Grund zu, weil ich natürlich voll der entspannte Typ normalerweise bin. Nee, Spaß, aber ich war einfach, ich war vorher echt aufgeregt. Also was heißt echt, ich war schon, man merkt schon, es ist irgendwie unangenehm. So ein bisschen wie Lampenfieber. Und ich habe dann irgendwie so eine kleine Pille bekommen, die sollte ich nehmen. War bestimmt auch nur ein Placebo. Nee, keine Ahnung. Und ich merkte dann so, ja man wird irgendwie entspannter. Ich dachte, ich hatte vorher gehört, ja man kriegt dann so eine Scheißegal-Pille. So dramatisch war es jetzt nicht, also mir war nicht alles scheißegal. Aber ich merkte, dass so mein Puls sich einfach gesenkt hat und ich so ein bisschen entspannter war. Natürlich hat man auch ganz viel im Kopf und so. Aber es war einfach, man ist so ein bisschen entspannter. Ich meine, es ist halt eine Beruhigungspille. Großes Wunder, große Überraschung. Was aber auch ein bisschen beruhigend war, dass bei dem Arzt mehrere Patienten waren. Also da waren bestimmt zehn Leute im Warteraum, nur an dem OP-Tag. Und das zeigt ja auch eigentlich, was für eine Routine-OP das ist. Also das ist wirklich totale Routine. Die Leute wissen, was sie da machen. Die werden, an einem Tag werden mehrere OPs durchgeführt und das mehrmals im Jahr. Also es ist eigentlich Pille-Palle. So, dann will ich euch mal direkt von der OP berichten. Ich wurde dann also aufgerufen und kam in den OP-Saal. Da war eine OP-Schwester, die das Ganze betreut hat. Ich habe mich auf so eine Liege gelegt unter so ein Apparat. Wie kann man das beschreiben? Ja, das ist einfach so wie so eine Liege, wo man sich drauf legt. Und dann ist da so ein riesiger Aperillo, der so über einem ist. War aber relativ entspannt und natürlich ist man ein bisschen aufgeregt, weil es dann ja gleich losgeht. Und die OP-Schwester bereitet einen vor. Man bekommt Augentropfen und alles. Aber es geht ziemlich schnell alles eigentlich. Man bekommt, bevor es losgeht, auch nochmal Kleinigkeiten erklärt. Man soll zum Beispiel in so ein Licht schauen, was über einem angezeigt wird, eben auf diesem Gerät. Das soll man fixieren. Und generell wird auch während der OP mit jemandem gesprochen. Da gibt es nämlich ein relativ großes Missverständnis. Einige Leute denken, das wird bei Vollnarkose gemacht. Da man aber mitarbeiten muss, quasi als Operierter, geht das gar nicht, dass man das in Vollnarkose macht. Und tatsächlich ist es auch absolut nicht notwendig. Ich habe dann also Augentropfen bekommen und so ein Lidspreizer. Das ist so ein Gerät, was so die Augenlider aufklappt, damit man eben nicht blinzelt während der OP, was nicht so gut wäre. Und ich muss sagen, das sieht super gemein aus. Oder die Vorstellung, dass dann so das Lid aufgehalten wird, ist super gemein. Aber tatsächlich habe ich das fast gar nicht gespürt. Also ich weiß nicht, ob in den Augentropfen vielleicht auch so ein leichtes Betäubungsmittel war oder so. Aber diese Feder, die das Lid aufhält, ist super zart, weil das Lid ist sowieso nicht stark. Und man merkt es auch überhaupt gar nicht, dass so was das Lid zurückhält. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, in der Augenhülle drin ist. Es war wirklich, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe erst im Nachhinein gecheckt, dass ich ja so ein Ding im Auge hatte. Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Der erste richtige Schritt der OP ist dann, dass eben dieser Flap hergestellt wird. Dazu bekommt man so einen Tubus aufs Auge gesetzt. Das ist, muss ich auch sagen, das einzige Unangenehme bei der OP. Wobei unangenehm auch ein bisschen übertrieben ist. Das heißt, man bekommt so für, ich schätze mal so 10, 15 Sekunden, so ein Ding aufs Auge gesetzt. Da wird ein Unterdruck erzeugt, damit das Auge fixiert ist. Und dann wird alles schwarz, zumindest auf dem Auge, weil eben dieser Unterdruck so stark ist, dass die Sehfähigkeit eingeschränkt ist. Das geht dann so ein paar Sekunden, dann war es das, dann wird es wieder abgenommen. Dann brennt ein bisschen das Auge, aber man kriegt gleich wieder Augentropfen. Dann wird es wieder super angenehm. Dann wird von hinten, also die stehen eigentlich alle hinter euch. Zumindest war das bei mir so. Wird ein bisschen am Auge rumgestochert. Das kriegt man aber nicht richtig mit. Also man spürt wirklich da gar nichts. Und plötzlich wird alles unscharf auf dem Auge. Das ist nämlich der Moment, wo wirklich das Auge da oder zumindest die Hornhaut teilweise abgeschnitten ist. Oder auch geöffnet ist. Ich erzähle immer, wenn mich Leute fragen, wie waren das? Dann sage ich immer, ihr merkt eigentlich, wie easy das war. Dass ich nämlich noch rumgescherzt habe, als das Ding aufklappt und es unscharf wird. Da habe ich gesagt, also unscharf habe ich aber nicht bestellt. Ihr merkt also, wäre das wirklich schlimm gewesen oder hätte es wehgetan, wäre ich auf jeden Fall nicht zum Scherzen aufgelegt gewesen. Ja und wie gesagt, man sieht alles so ein bisschen milchig, wie durch so eine Milchglas-Scheibe. Und dann wird eigentlich gelasert und das ist nur so ein leichtes blaues Flimmern. Überhaupt nicht schlimm. Ich hatte vorher gehört, dass bei einigen man irgendwie so nach verbranntem Horn, dass es so nach verbranntem Horn gerochen hat und dass es sehr unangenehm war. Ich habe da gar nichts gerochen, ehrlich gesagt. Dann wurde wieder getropft, dann wurde das Ding wieder zugeklappt, noch ein bisschen glatt gestrichen. Und dann was mega merkwürdiges, was ich aber als sehr angenehm empfunden habe. Da hat er mit so einem, wie so einem Tupfer oder sowas, die Hornhaut wieder glatt gestrichen. Das war wie so Streicheln fürs Auge. Das war irgendwie total merkwürdig und sehr angenehm. Man bekommt dann einfach nochmal Augentropfen ins Auge, kriegt eine sogenannte Verbandslinse. Das ist so eine Art größere Kontaktlinse, die das Auge dann nochmal schützt. Und dann wird das Auge zugeklebt mit so einem Tesastreifen und dann ist das andere Auge dran. Da wurde das Ganze dann wiederholt und insgesamt hat das ungefähr sieben Minuten für beide Augen gedauert. Und es vergeht so schnell, weil man natürlich, man ist ein bisschen aufgeregt und man achtet natürlich drauf, was passiert. Aber das geht so ratzifatzi. Bevor es richtig angefangen hat, ist es eigentlich schon vorbei. Wenn dann beide Augen fertig operiert sind, kriegt man die Augen wieder geöffnet. Beziehungsweise man kriegt halt vorher so ein Wattepad, so ein Wattebausch quasi aufs Auge gekriegt. Das wird dann entfernt und man kann theoretisch sofort gucken. Also man steht auf und guckt. Natürlich ist das nicht perfekt, sondern es ist auch am Anfang noch sehr, ja, wie als wenn man unter Wasser guckt. Also noch so ein bisschen schlierig und so. Man hat auch so einen weißen, also einen leichten weißen Schleier. Ich habe später mal gefragt, woran das liegt. Da wurde mir gesagt, das liegt daran, dass es natürlich für das Auge eine Stresssituation ist. Dadurch ist es quasi ein Stresseffekt, den man hat. Der vergeht dann aber wieder und dann darf man erst mal so 30 Minuten in einen Ruheraum. Das ist dann der perfekte Zeitpunkt, in dem man die Person zu sich rufen sollte, die einen hoffentlich begleitet. Denn ich sage mal mit frisch operierten Augen irgendwie noch in der U-Bahn fahren oder so, das ist ganz schlecht. Auto darf man ja sowieso nicht fahren. Deswegen ist es gut, wenn ihr euch vorher jemanden organisiert, der euch abholen kann. Nach diesem kurzen Aufenthalt in dem Ruheraum kommt man nochmal in eine kleine Untersuchung. Da wird das Auge dann direkt nochmal angeschaut. Da wurde mir auch die Verbandslinse sofort wieder rausgenommen. Ja, und dann wurde mir noch einen schönen Tag gewünscht und das war es dann eigentlich schon. Am Empfang habe ich dann nochmal eine kleine Tasche mit so ein paar Utensilien bekommen. Da waren dann zum Beispiel Augentropfen drin. Ich habe auch antibiotische Augentropfen bekommen, denn an dem Tag der OP, ich wurde vormittags operiert, musste man quasi im Wechsel jede Stunde einmal antibiotische Augentropfen nehmen und dann Tränenersatzmittel, also quasi klassische Augentropfen, die einfach wie Tränen sind, damit das Auge schön feucht ist. Ja, das musste man quasi den Tag übernehmen, bis man irgendwann schlafen wollte. Ja, außerdem habe ich dann noch so wunderschöne Augenklappen bekommen. Die sind aus Plastik und die sollte ich mir über Nacht auf die Augen kleben, damit ich eben nicht aus Versehen oder aus Gewohnheit oder so unterbewusst mir ins Auge fasse. Das ist natürlich am Anfang, soll man das total vermeiden, so die erste Woche irgendwie Augen reiben oder so, weil klar, das muss erst mal ein bisschen verheilen, sonst reibt man sich das Ganze wieder auf und das will man, glaube ich, nicht. Am Tag der OP brennen die Augen dann noch so ein bisschen, das geht aber einigermaßen, weil man dann ja immer die Augentropfen hat und die benutzen kann, das ist eigentlich schon recht angenehm oder das lindert dieses Brennen der Augen, ist so ein bisschen einfach, als hat man halt sehr trockene Augen. Ich weiß nicht, manche haben das ja gerade abends, wenn sie müde sind, dann werden die Augen ein bisschen trocken und so. So ist das quasi ein bisschen stärker, aber wirklich nicht schlimm und es tut auch wirklich nicht fies weh. Okay, wobei ich mich da nicht genau dran erinnere, weil nämlich noch in dieser super Tasche von dem Arzt auch Paracetamol, also Schmerzmittel waren, die habe ich mir natürlich gleich reingeworfen. Ich denke, das wäre auch sinnvoll, weil ich habe von anderen Leuten gehört, die kein Schmerzmittel gleich genommen haben und wo es dann doch recht unangenehm war. Also denkt dran, falls ihr sowas nicht vom Arzt bekommt, wäre es vielleicht ganz gut, dass ihr sowas vielleicht vorsorglich schon mal zu Hause habt. Am nächsten Tag geht es dann nochmal zum Augenarzt, da wird man dann direkt nochmal kontrolliert, ob alles gut ist, so einen Tag nach der OP und dann macht man nochmal einen Folgetermin, meistens so drei Monate später. Tatsächlich kann man aber relativ schnell schon fast wieder alles machen. Ich habe eine Liste bekommen, da steht dann drauf, was man alles schon direkt machen darf. Also eigentlich super viele Sportarten kann man nach einem Tag schon machen, also wo man nicht direkt was ins Auge bekommt, sage ich mal. Also Joggen, Tennis, Golf, Fitnessstudio, Skifahren, Radfahren, Reiten. Schwimmen im Meer soll man erst nach zwei Tagen, aber normalerweise macht man das ja nicht, weil es ist ja nicht so, dass man direkt dann schwimmen geht. Und ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel Ballsportarten, wie Fußball und Volleyball oder Surfen oder Reitsport in der Halle, sowie Tennis auf dem Ascheplatz, weil da natürlich immer ein bisschen Staub in der Luft ist, soll man erst nach ungefähr einer Woche beginnen. Und Schwimmen im Schwimmbad darf man ab zwei Wochen nach der OP, Flaschen tauchen und Kampfsport wie Boxen nach vier Wochen. Ich glaube, das wird jeder überleben. Generell von alltäglichen Aktivitäten wie Arbeiten, Duschen, Sex, ganz wichtig, Lesen, Bildschirmarbeiten, also alles, was am PC ist quasi, Fliegen als Passagier und Autofahren kann man schon nach einem Tag eigentlich. Tatsächlich ist es auch so, dass am nächsten Tag direkt nach der OP oder ich sage mal abends nach der OP, nach ungefähr so mehr oder weniger 48 Stunden, ist es schon, hat man schon fast ein normales Sehgefühl, muss ich sagen. Augenreiben darf man eigentlich erst so nach einer Woche. Ich habe versucht, auch nach einer Woche das noch ein bisschen zu vermeiden, weil man muss es ja nicht unbedingt provozieren. Zum Friseur gehen kann man auch schon nach einem Tag in die Sauna nach einer Woche Sonnenbank und Schminken direkt am Auge auch eine Woche. Das ist vielleicht für die Damen da draußen noch ganz wichtig. Man sollte dann erst mal eine Woche auf Make-up verzichten, weil das natürlich auch sehr fein ist, sehr pudrig. Und wenn man das ins Auge bekommt, den feinen Staub ist nicht so optimal. Wimpern färben darf man erst nach zwei Wochen und Permanent Make-up erst so nach vier Wochen. Also alles in allem ist man nach einem Monat komplett durch mit der Schose und man kann wieder alles machen, was man möchte. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich ungefähr eine Woche nach der OP war bei mir schon alles super. Was ich ein bisschen gespürt habe, war, wenn ich nachts unterwegs war und so Straßenlichter oder sowas gesehen habe, dass um das Licht, um die Lichtquelle herum so ein leicht milchiger Schein war. Aber selbst das, ich sage mal, die OP ist jetzt fast drei Monate her. Ich habe demnächst jetzt meinen Abschlusstermin. Selbst das habe ich fast gar nicht mehr. Das kommt halt dadurch, dass noch ein bisschen Flüssigkeit in dem Zwischenraum ist. Dadurch wirkt es so ein bisschen verschwommen. Aber das Auge gleicht das mit der Zeit aus. Die Flüssigkeit wird quasi ausgetauscht bzw. aufgenommen. Und ich muss tatsächlich sagen, jetzt nach knapp drei Monaten habe ich das Gefühl, als hätte ich nie vorher eine Brille getragen. Also so, als wenn es nie anders gewesen wäre. Und das finde ich schon sehr erstaunlich. Das Einzige, was ich nur so ein bisschen hatte, war halt, dass ich so die ersten vielleicht 14 Tage ungefähr trockene Augen hatte. Entweder spätabends oder direkt nach dem Aufstehen. Oder wenn ich mal nachts aufgewacht bin und auf Klo musste oder sowas, hatte man noch sehr trockene Augen. Da muss ich so blinzeln. Aber in dem Fall hatte ich tatsächlich direkt am Bett ein paar Augentropfen. Die habe ich mir reingemacht. Und dann ging das super easy. Also das ist auch mega entspannt. Wenn man die Brille tatsächlich im Führerschein auch eingetragen hat, wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist, bekommt man nach der Abschlussuntersuchung einen Zettel oder eine Art Attest. Damit kann man dann zum Amt gehen und sich einen neuen Führerschein ausstellen lassen, wo das dann nicht drin steht. In meinem Fall ist das sehr gut, weil ich finde mein Foto vom Führerschein nämlich ziemlich blöd. Und weil man den normalerweise nicht austauscht, habe ich jetzt nochmal die Gelegenheit, ein gutes Foto zu machen. Eventuell ist es noch für den einen oder anderen interessant, dass man die Augen-OP auch von der Steuer absetzen kann, weil die ist ja relativ teuer. Allerdings nur, wenn der Arzt einen Attest ausstellt, nämlich dass es medizinisch notwendig war. Wenn das der Fall ist, könnt ihr das einreichen mit der Steuer und bekommt einen Teil des Geldes wieder zurück, weil es eine außerordentliche Belastung ist. Jetzt zum Abschluss würde ich euch gerne noch das tatsächliche Videomaterial von der Augen-OP zeigen, denn mein Arzt, der super viel Geld bekommen hat, hatte auch eine eingebaute Kamera in seinem Laser, was doch irgendwie ganz cool ist. Und ich habe das Videomaterial auf einem USB-Stick mitbekommen. Das sieht ziemlich fies aus. Und damit ich euch nicht verschrecke, habe ich das mal in einem Extra-Video gezeigt. Das ist zeitgleich mit diesem Video auch online. Das könnt ihr euch anschauen. Das verlinke ich am Ende des Videos. Nicht unbedingt was für schwache Gemüter, weil tatsächlich einfach ins Auge gepiekt wird, um diesen Flap zu öffnen. Es ist aber relativ interessant und ich werde es auch noch ein bisschen kommentieren. Es sieht fieser aus, als es tatsächlich ist. Aber es ist super interessant. Also ich finde es sehr interessant. Deswegen möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, euch ein bisschen die Entscheidung erleichtern, sowohl in die eine als auch vielleicht in die andere Richtung. Ich weiß es nicht. Mein Tipp ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin kein Arzt. Geht hin, lasst euch beraten. Macht das, wo ihr ein gutes Gefühl habt, würde ich tatsächlich eher sagen. Wenn ihr noch Fragen habt oder sowas, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Ich versuche alle zu beantworten, so gut ich kann. Aufgrund meiner Erfahrung und meiner Erlebnisse, sage ich mal. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und am besten nämlich auch, die Glocke zu aktivieren, weil sonst verpasst ihr womöglich doch das ein oder andere Video. Und über ein Like würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Schlaumacher. EINF-Glorher